Hallo, ich bin Oliver Andhofer und bin ein Tiroler. Ich hatte vor 20 Jahren einen Unfall und bin seitdem im Rolli. Da ich ein sportlicher Typ bin, habe ich nach Sportarten gesucht, was für mich idealerweise in der Natur gut praktizieren kann und habe eben den Schlittenlanglauf gefunden. Ich bin eigentlich das ganze Jahr fit und muss nicht im Winter auf die Rollen rauf, um meine Kilometer abzuspielen, sondern kann auf die Läupen gehen und mein Ausdauertraining super nachvollziehen und genieße die Natur, genieße die Läupen, genieße die frische Luft. Ich bin einfach glücklich, dass ich im Freien einen Sport ausüben kann. Wir haben in Tirol ein super Angebot, weil es mittlerweile graduierte Läupen gibt, die gekennzeichnet sind und die man im Internet vorher abrufen kann, wo man schauen kann, ob der Schwierigkeitsgrad für die Langläufer passt und hat eine optimale Vorbereitung. Man kann direkt zur Läupen hinfahren und direkt an der Läupen aussteigen. Der Schlitten ist ein sehr leichtes Gerät. Man kann das auch ohne Probleme alleine auf dem Autotournen den Schlitten aufbauen und dann gleich loslaufen. Es macht Spaß, es ist anstrengend und zugleich Kontakt mit der Natur.